Star-Wars-Geschichten vom Rand der Galaxie. Machen wir das mal. So, um sich mal schnell einen Eindruck zu holen, da gehen die Demos auf jeden Fall schon mal gut nach. Ocolos-Studio, das ist ja mal super. Eigentlich ist das ja mittlerweile Meta. Kein Film. Ach, wer bist denn du? Spielen. Freie Bewegung natürlich. Und hier kann man nämlich nicht pointer mit dem Controller. Muss nicht mit den Augen so hin und her. Und der hat auch gleich mal in der Höhe direkt erkannt. Aber... Äh... Äh... Einstellungen hier. Anpassen, das lassen wir mal. Freie Bewegung. Ähm... Ich will... Ich will... Komfort. Ich will auf jeden Fall eine weiche Drehung haben. Bildschirm wackeln. Bildschirm wackeln. Head-Set-Vibration. Controller-Vibration. Trigger-Effekte. Teleport und schweben. Also ich möchte keinen Snap-Türn haben hier. Bewegung. Ähm... Feste Rotation. Fliegende Drehung. Fliegende Drehung. Ne, fließende Drehung. Das müssen wir erst mal testen. Oh doch, das ist schnell genug. Ja, dann schlech ich mich mal kurz mal hin. Ja, ich denke so in etwa. Passt das? Ne, das ist ja wie bei Meta zuhause hier. Beine. Haben sie auch keine Beine. So. Hallo. Ich meine... Hey. 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 Welcome in. If you're thirsty, you're in the right place. I'll sell drinks here. I'll sell drinks here. I'll sell drinks here. I'll sell drinks here. I'll know. Hey. Audio. Spraya. Untertitel. Die Dialoge, die haben anscheinend nur Untertitel, Untertitelrand, und dann gucken wir mal noch... Nein, Mission! Ich hab die Schrift, wenn ich nur unten gucke. Du bist es! Mensch mein Gott, hallo! Ja! Hey, gib den Kindern eine Chance, zu spüren, Mubo! Oder, ich weiß nicht, einen Drink! Es ist wie, dass sie viel durchgegangen sind. Oh, ich weiß, ich weiß. Überlebenswürdigung von der Klappe und der Klappe ist viel. Kann mir die da unten hängen. Hey! Na, wie geht's? Oh, nicht nervös! Das war's! Ich habe einen alten Dark-Eye Probe-Droid für meine助te. Oh, sie magst du. See? Odor Neutralizer. Du hast es wie ein Schmuck. Ich wollte nichts sagen. Okay, Zeit für dich zu arbeiten. Wir müssen die speziellen Package finden. Ich habe gerade die Crash-Site-Koordinaten. Jetzt, du und ich gehen nach den Batu Wild und bekommen die Package. Du bist ja, die Quavien-Death-Gang. Das war nicht ganz für den Arbeiten. Sie wollen das auf dem Flugzeug. Ich will. Oh, ist es. Du gehst da und findest die Package. Ich habe ein paar Droid Depot. Ja, ich habe. Ich habe nicht gesagt, ich harte noch. Ich erzähle dir später. Du, gut, gut. Oh, und er, hat er... Ja, doch, ich nehm schon mal einen, gib mal einen. Unique ones that I do. Secret recipe sort of thing. We used a special ingredient, so they found out that too. Tell you what, order one, and I'll toss in a story about some of the crazy things that have happened to you. Not to oversell it, but, uh, I'm a natural storyteller. It'll feel like you live in it. Guaranteed. Uh, okay, where to start? Let's see. Oh, 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 the first one I'll tell you is about a Jedi Padawan and her little green friend who is very powerful and has huge ears. Reicht auch ein Dieter Malz oder ein Karamalz. Oder auch eine Cola. Okay, well, right, out of acid-smetter-tails, of course, and Demwund-Scales. Looks like the Teratik-Pods too. I work with a local forager who has, you know, come to think about it, I haven't seen them in weeks. These things are already easy to get, so it's a good chance that he's dead. Anyway, keep an eye out for the ingredients while you're in the wild, okay? You know, bring it up back and a drink is on the house. Oh, that's good. Okay. I can't do that. Shh. 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 No. Shh. 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 I don't think this place is haunted. Either that, or there's a radio-transponder still live somewhere in the hall, and it's picked up here on the Hunts Broadcast. By the way, the only thing that drowned out was the Jukebox, and now that thing's up, Fritz. Can I take that now? Oh, I should have to put the ingredients first. Where do I get the ingredients? Where do I get the ingredients now? No. Where do I get the ingredients now? Where do I get the ingredients now? Bleh. Where do I get the ingredients now? Oh, what do you do then? What's this? We got a challenger here. Hey. 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 Did you see that ship over there? The one that just landed? It's pretty famous. A lot of people talk about the Kessel Run, but not as many about the whole only reason the Rebellion was able to destroy two Death Stars things, which I find odd. People just love smuggling, I guess. Millennium Falca. So, was ist denn jetzt hier mit dem Getränk? Wie geht denn das jetzt hier? Wo krieg ich denn jetzt die Zutaten hier? Muss ich rausgehen und gehen können? Aber von knackscharf ist das Spiel hier auch ganz schön entfernt, oder? Das ist halt nur hier alles vorne auf jeden Fall gut anzusehen, so. Aber da hinten, der Berg, der, der, ja, das ist schon ganz, ich weiß auch nicht, das hatte ich schon die erste Pils vorher. Das wirkt so, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Wie so ein Hologramm wirkt das hier alles, so. Wie steht das denn? Ne, da sieht man schon was aus. Das ist mir auf der PS 2.1 schon aufgefallen, dass so, so, so Objekte so zu wirken, als wären die da aber auch nicht wirklich da, so. Ach, keine Ahnung, ganz schwer zu beschreiben. Das ist schon ein ganz komischer Effekt, den habe ich bei der Quest zum Beispiel nicht. Den habe ich auch im PC nicht. Den habe ich immer nur hier irgendwie. Könnte das vielleicht mit auch an diesem Ufer liegen. Das ist ein ganz komischer Effekt, das ist ein ganz komischer Effekt, das ist ein ganz komischer Effekt. Oder was auch immer das Fettlinge rum. Also, darf ich? Mhm. Dass hier gleich hier wild um mich geschossen wird. Was haben wir denn hier an der Pistole? Und ich habe es auch noch fallen lassen. Was ist denn das? Kann ich noch mal mehr innen? Oh, oh. Hey, du hast einen Remote-Troyd gefunden. Das wird auch irgendwelche Fettlinge in der Region. Dann sitz einfach zurück und lasst es für dich das Attacke machen. Cool. Kann ich mir die irgendwo reinstecken? Verfolgst du mich, wenn ich nicht? Dann nehme ich mir noch eine mit. Auf jeden Fall muss ich gleich mal einstellern. Steuerung. Also, hier habe ich schon ein bisschen Probleme, irgendwie immer was zwischendurch zu erkennen. So, weil, mal abgesehen davon, dass die Linsen schon wieder durch meine Augenbrauen verschmiert sind. Aber, die Ränder sind immer so unscharf, jedes Mal. Da muss man immer so viel hin- und herrücken, ja. Naja, Sembo, ich will, dass man hier die Sachen, ähm, gedrückt hält. Körperposition. Nur Kittel anzeigen. Allgemein. Ich glaube, das könnte das sein, oder? Ja. Kann ich nochmal drücken? Ja. Ja, so ist besser. Muss ich nicht die ganze Zeit die Getaste da gedrückt halten. So, wie geht es denn jetzt hier weiter? Oh. Auch schick. Habe ich zwei Drohnen? Na, ihr seid ja witzig. So. Kann ich irgendwie springen? Oh. Gut. Hier wird schon scharf geschossen. Okay. Das war's für heute. Was ist das? Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Ja, ich habe auch mal Toomb Raider gespielt und da hatte sie auch mal zwei Waffen. Ich will draufschießen. Was ist denn, der ist hier ein abgestütztes Ufer oder was? Da ist auch irgendwas abgestützt. Was ist denn da? Ja, ich kann das. Ja, cae! Geht's! Was haben wir denn hier schönes? Was ist das? Das ist ein Schildromot. Top der Linie. Stronger und schwerer. Schildromot. Oder kommen wir mit? Ich habe vorhin hier noch eine Waffe gesehen. Vielleicht ist das ja so eine Chefspeiserwaffe hier oder so. Tücher? Schauen wir mal. Ich weiß es auch nicht. Also ich habe jetzt meine anderen Waffen dort drin liegen lassen. Die sind jetzt mittlerweile weg. Das ist ein Schildromot. 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 Das ist ja wie so ein kleiner R2-D2. Das ist ein Schildromot. Was habe ich denn eigentlich gemacht? Ach, ich glaube, ich verstehe schon. Hey, man schießt nicht, ungefragt, das gefällt mir leider, das gehört mich nicht. Hey, was war ich damit? Hey, was war ich? Hey! 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 Ach, und Halo habe ich übrigens auch gespielt. Allerdings nie in VR. Decker! Du musst hier einen Scheiß-Wir kommen hier, wie das. Na ja, wünschen dich! Huh? Huh? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.